Okay, nächstes Game Chat. Disorder. Ist wohl so ein bisschen wie Buckshot Roulette, glaube ich. Nur schießen wir nicht auf uns selbst, sondern auf unsere Familie. Das ist Matic Live. Dankeschön. Für ein Jahr mittlerweile. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, was Buckshot Roulette ist. Es gibt eine Roulette und wenn es dich trifft, kriegst du einen miesen Backshot in deinen Arsch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier bin. Bugshot-Roulette war so, du sitzt mit irgendwie so einem Roboter an einem Tisch und dann spielt ihr irgendwie so ein Spiel. Wie quasi Russisch Roulette so ein bisschen. Kill your family. Save your family. Und das irgendwie so, also jetzt nicht unbedingt, es ist jetzt kein Russisch Roulette, aber ist so vom Aufbau ähnlich, dass wir die ganze Zeit an einem Tisch sitzen. Oh, das passieren Dinge. Okay. Time for us to play a little game. Decipher these scrambled words and Digga, was ist das für eine Fund? Mess it up. Junge, ich kann das nicht lesen. Round one. Biako, bitte jetzt. Digga doch auf dem Tisch. Oh, ist das Spiel ausgemacht. Ich hab grad mit irgendeiner Taste, oder ich hab grad mit irgendeiner Taste, oder Biako hat grad mit irgendeiner Taste rangesoomt. Wie hat er das gemacht? Kannst du nochmal kommen, Biako? Da kann man das besser lesen, dann. Mit welcher Taste hat er rangesoomt? Der hat gerade rangesoomt, Chad. Wie hat er das gemacht? Dann kann ich die Schrift lesen. Wie hat er das gemacht? Hä? Hä? Okay. Decipher. Ah, hier, okay. Mess it up. I will get, äh, I will cut, gut, one like a fish. Round one. Dreadful, oder so. Aber dreadful wird mit, ne, ist ein U noch. Flau, dread? Chad. Ich hab Mail geschrieben. Junge, wie lösche ich jetzt was? Ich kann nicht mehr löschen. Das hat keine Lösch-Taste, Chad. Ah, doch, okay. Ah, ich kann auch normale Tastatur benutzen. Geht doch? Ne, da fehlt doch was. Dread. Dread. Ah, ich hab ein A. Ach so, es wird Dread mit Dinges geschrieben. So, oder was? Okay. Zwei Fehler. Äh, one dick. G, 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 D, E, G, D, E, C. Oh, Chat. Genus. Nein. Genozide. Yeah. Da sind Skelette. Wo sind Skelette? Achso, auf dem Monitor, wenn ich Fehler mache, ja. Oh, no. The misery. Everybody wants to be my enemy. Choose who lives. Who darf leben? Hat er, was hat er gemacht? First set down, let's play some more. Hat er in die Hand gebohrt oder was hat er gemacht, Chat? Round one. Was? Leave it all behind. Was soll ich all behind lassen? Okay. Da links ist das... Nein! Ähm. Ähm. S. A. Ach, A habe ich doch schon. Ich bin so dumm. Äh, Galgenmännchen. Choose who dies. Ja, weg mit dem Vater. Wir gucken einfach nicht hin. They love the content. Let's make some more. Okay. Chat, liebt ihr den content? You only have four skulls around. Oder so. Okay, hangman. Round one. Ich probiere ein A. Ein E. Ein D. Ein L. Es wird wahrscheinlich einen Satz ergeben, Chat. Na? 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 H ist stark. H. T. M. Them. Was könnte das linke Wort sein, Chat? H, T und ein H? Watch them. True. Watch them. Watch them. Juhu. Iui. Iui. Twerk. Twerk. Ne, Twerk geht nicht. Halt mir schon T. Ne, T geht nicht. Haben wir schon Chat. Das muss mit nem. R. Pw. O. Ove. Pw. Swing. Ne, I haben wir schon. Ist ja auch drin. Ist ja auch drin. Aber was soll das sein? Watch them swing. Aber weil sie hängen. Weil sie aufgehängt sind. Ja. Ja, ja. Am Galgen. Okay, Runde 2. The Clown's last words. I. S. Oh, okay. Kiss my ass. Okay. Great things take time. Ist das letztendlich was mit me? Ja, wir gehen wieder die Vokale durch, I guess. Oh, Doppel E. Nein, oh Mann. Ich hab Backspace gedrückt. Okay. Was ist denn das letzte Wort? Hat kein Vokal drin? Oder es hat ein U. Ah, ass vielleicht. U, S. Ja, ass. Es ist nicht ass. Ein zweibuchstabiges Wort im Englischen, das mit U anfängt, Chat. Ab. Stimmt, ab gibt's auch noch. Ab, ja. Rise. Doch nicht. Ich dachte vielleicht Rise up irgendwas mit. Letter wird mit Doppel-T geschrieben, ne? Stimmt, du hast recht. Never give up. Ja, true. Das ist jetzt so ein Troll-Game. Jetzt kommt's gleich raus auf Never gonna give you up. Never gonna let you down. Choose who lives And you deserve it Who lives? Jetzt machen wir Mama. Ah, er entschraubt die. Ach so, die sind festgeschraubt, Chat. Ah, jetzt check ich's. Scrambled, scrambled, scrambled. Round one. Fikidelli. Defiliki. Das sind echt viele Is. Fikidelli. Fe. De. Fikidelli. Fikide. Fikide. Ist das Fikide? Fikide. Ist das ein Wort? Fikide. Fikide ist Tochter-Mord? Nein. Ach, Mann. Fikide ist Tochter-Mord? Okay, noch nie gehört. Aber ja, man kennt ja Humus-Side. Und das ist dann, Fikide ist dann nur auf Tochter bezogen. Gibt's dann, klingt das Wort dann für Vater-Mord, Mutter-Mord, Selbstmord auch so? Ja, Suicide, klar. Suicide. Humus-Side und Philis-Side. Und alle klingen wahrscheinlich dann so. Vater-Mord, Mutter-Mord, alle klingen so. Genocide. Was ist Petro-Side? Femizid, genau. Femis-Side ist ja Frauen-Mord. Stimmt. Ja, ja, Humus-Side habe ich ja schon gesagt. Ratschung. Vater-Mord ist also Petro-Side. Okay, was ist Mutter-Mord? Matris-Side? Okay, was haben wir hier? Junge, kann ich das bitte aufhören, hin- und herzuspringen? Ich kann mich so nicht fokussieren. Das ist bestimmt wieder ein Wort, was ich nicht kenne. Hubert's. Kazooja hat in Tekken 8 die Petro-Side-Fist als Move bekommen. Das ist der Schlag, mit dem er Hai-Hachi getötet hat. Doch, Junge. Kommt er jetzt? Äh, Bruce. Wonach sehen die Bilder denn aus? Ich erkenne sie nicht. Das links ist irgendwie Blut. Elle der Unechte. Butchery. Im YouTube-Chat wurde es geschrieben. True. Stark, stark, stark. Dritte Runde. Trauma. Trauma. Oh, das ist stark. Kit. Das ist stark. Einfach direkt gesehen, der Mann. Choose who lives. Dann ist sie jetzt komplett frei. Wir haben jetzt beide Hände frei gemacht. Was? You're doing pretty good for a troll. Last one. Ach man. Was? Was? Da ist jetzt eine Pistole draufgerichtet. Ach du Scheiße. Auf Zeit. Was? Type as many words from the displayed letters. Stash? Wie? Also ich habe nur ein S benutzen. Das waren zwei S, ne? Set. Head. Head. Nein. Head. Set. Have you figured it out? Words you type can have serious consequences. Lord, you did me a favor, though. They are loving this. Now you only have free skulls. Okay, chat. Wir haben nur noch eine Person. Pst. I see dead people. Ah. Mann. Ich habe doppelt gedrückt. I. S. U. As. G. B. Oh fuck. Ist vorbei, chat. Tschüss for dice. Ja, wow. Wow. Fuck. Wir müssen das nochmal machen. Was denkt ihr, was da hätte kommen, wäre da gekommen, chat? Was? Wir machen noch weiter? Die sind schon alle tot. Ja, okay. Okay, was ist das für ein I. S. Ah nein, was mache ich? Wieso mache ich noch ein S? U. A. H. Ich wollte H drücken. Nein, es gibt kein H. Niemand hat überlebt. Ist das dasselbe Intro? Ne, ne? Aber ja, es klang so, als wäre das irgendeine Show. Ja, es ist irgendeine Show für... Es ist ein Livestream. Disorder Stream Ending, ja. Die haben das auf Twitch gestreamt. Also, ich habe das auf Twitch gestreamt. Vierte Wand wurde durchbrochen, chat. Ja, das machen wir jetzt besser. Machen wir jetzt besser. Ich kann noch nicht ranzoomen. Jetzt. Desciper die scrambled words. Okay, let's go. Ja, auf Zeit ist schwierig, ne? Also, wenn wir nicht auf Zeit sind, dann geht's. Aber auf Zeit ist schwierig. Okay, round one. Homicide? Okay. Einfach Chimo-Seite. Okay. Irgendwas mit... Mutilate. Ja. Das ist wieder... Mortuari. Wir dürfen einmal schrauben, I guess. Ja, fangen wir dann damit an. Ja, die ersten Runden sind easy. Auf Zeit ist dann schwer. Und Galgenmännchen kann halt echt schwierig werden. Okay. A. S. U. E. I. Aaaaaah! O. O. Oh. Okay, Chad. In der Mitte. Fool. Nein! Aaaaaaah! Ja, vielleicht war's Luck, ja. Ich hätte erst L probieren sollen. Ach so. Ah, okay. Okay. Do you know you are here? Why are you here? They love the content. Let's make more. Aaaaaah! Dead Sea-Mate? Dead Sea-Mate? Nix! Ach stimmt, Execute. Jo, klar. Das ist ja easy. Korps. Okay, Chad. Jetzt kommen wir wieder auf Zeit. Die Ex ist cute. Jetzt kommen wir wieder auf Zeit. Doch nicht? Okay. I see that people. Fuck. Ich hab F gemacht. For. Mit was kann dieser Satz anfangen mit wo in der Mitte Ohr ist? Äh, Ohr ist. Not like us. Oh. Okay. H. E. T. T war dumm. Ich hätte nicht T nehmen sollen. Achso, ich habe nicht T, ich habe W. So, ich wollte T nehmen. Okay, them, let them, let them die. Ich habe an T gedacht, aber W gedrückt. Trottel. The show must go on. H, O. I, T, E, R. P? Was könnte das letzte Wort bedeuten? Wenn wir das letzte, der... B, 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 Let, Net, Set. Ja, T geht nicht. Das ist nicht mit T. Break their leg. Okay, jetzt. Nee, diesmal kommt nix mit Pistole. Doch, jetzt. Okay. Jetzt ohne Pistole, Chat. Wir haben sie gerettet. Hey, wieso kommt jetzt ein neuer? Achso, klar, wir brauchen ja trotzdem ein Bildschirm. Wir haben eine Person gerettet. You're doing pretty good for a troll. This one didn't last this long. Vor allem for a troll. Manche Chat... Ach du Scheiße, jetzt geht's wieder los. Fuck. Auf die rechte. Ähm... 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 In... Kein in? Ähm... 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 Ja, ich bin überfordert. Ähm... Ähm... Klein? Nein! Icon! Life! Olive! Whale! Ähm... Love! Noch ein Chat! Lie! Ja, das mit der Pistole ist so unfair. Hallo, wieso läuft die weiter, die Pistole? Pack die Pistole weg! Hallo! Die Cutscene war zu langsam. Wow! Law, you did me a favor, though. Äh, ja, mein Game ist jetzt kaputt, Chat. Ich hab' das Game gebackt. Ich muss jetzt jemanden aussuchen, der tot ist. In der Mitte ist schon weg, links und rechts sind schon tot. Ich hab' das Game gebackt. Ich kann mich nicht selbst nehmen. Das Game ist gebackt. Wow! Hey, was ist das denn? Wieso wird... Wieso wird... ...das nicht resettet? Hä, ist ja ein Milchkarton. Okay, einmal machen wir noch. Ich will ein halbwegs positives Ad denken. Wenigstens ich alleine muss überleben. Ey, was ich sagen wollte, da steht... ...ich wär' der Troll genannt. Meint ihr, ich bin ein Internet-Troll? Der... ...irgendwie im Internet so Leute beleidigt... ...und denen so Deaththreats schickt oder so. Und jetzt wurde ich hier gefangen genommen mit meiner ganzen Familie... ...und soll dafür büßen. Fuck, ich dachte vielleicht Mai. I? U? Was ist das erste Wort? Lull. Tug? Stimmt, das könnte... Ne, Tug ist es auch nicht. W? Wie? Wie ist es auch nicht. Mi ist es nicht? Wie ist es nicht? Hi? Hi? Hi ist es auch nicht. Bi vielleicht. Ja, es sind ja viel zu viele Wörter... ...die da hätten reingepasst. Ich hätte mich vielleicht auf die anderen Wörter erst konzentrieren sollen. Weil das erste Jahr so viel hat. Immer der Papi. Vielleicht ist es gar nicht klar, aber vielleicht ist es der Sohn. Vielleicht spielen wir den Papi. Vielleicht spielen wir den Typen, der... ...den 45-jährigen Uwe, der... ...Frauen auf Instagram Penisbilder schickt. Und jetzt wird er bestraft. Und jetzt wird er bestraft. Das ist eine schnelle Runde. War dein letztes Penisbild? Ja, okay. Okay, wir müssen wieder schnell sein, Chat. Äh... ...Haunted. Mach schneller! Das hat mir gerade gehabt. Was war das nochmal, Chat? Das hat mir gerade gehabt. Äh... Mutilate. Mutilate, genau. Mutilater. ...Massaker. Maa... ...Saa... ...Kre. Ja, ist wieder vorbei. Oh, das war knapp. Nee! Wir waren ja schon super schnell. Aber dadurch, dass die Zeit ja weiterläuft... ...ä, ist ja komplett dumm. Jetzt muss ich wieder jemanden aussuchen, der sterben soll, Chat. Und ich kann niemanden auswählen, weil... ...wir haben denselben Bug nochmal. Also... ...Chat, wenn die Pistole kommt, dürfen wir das nicht lösen. Wir müssen warten, bis die Pistole abläuft. Ja, ich glaube auch, der Typ hat sein Spiel nicht getestet. Let's have a try. Ja, der hat das einmal gespielt. Dann ist er genauso weit gekommen, wie wir beim ersten Mal. Dann hat er gesagt, ja, funktioniert doch alles. Kann released werden. Hier. 1,70 Dollar. Ja, die Idee ist an sich ganz cool. 1,70 hierfür geht doch voll im Sale. Vollpreis waren es irgendwie 2,90 Dollar oder so. Tagarion. Tagarion. Dr... Drey... 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 Dreyji. Dreyji. Gay... Gaydrek. Dreckt. Gay... Gaydrek. 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 Dracon, danke schön für 10 Monate. Fyllisite. Gaydrek. Gaydrek. Wer ist dann so ein Mord? Sillisite? Savage. Nein. Vertippt. Ah, vertippt. Hey, Icarus. Tschüss, who lives. 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 Also im Lateinischen ist Filius Sohn und Filia Tochter, wenn ich mich nicht erinnere. Also beides Filisite. Also beides Filisite. Kindermord. Okay. E. A. U. I. O. L. 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 Lool. Back. Don't look back. Kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht. Ich kann die Kamera nicht drehen. Oh, ich kann auch nach unten schauen. Das geht auch. Okay. Okay. Meine Hände sind aber nicht fest gebohrt. Ah. Ich musste was machen. Oh mein Gott. Ah, kein I. Kein O. Ey. O. Ich traue mich A nicht einzugeben. Vielleicht ein T-Chat? Weil das erste ist vielleicht The. Nee, The kann es nicht sein. Wir haben keine E. Aber in der Mitte könnte vielleicht ein Not sein. Mach N. Und kein N. Gott könnte vielleicht auch in der Mitte sein. T auf jeden Fall. Kein T! Was ne Scheiße. Was war es denn? Vielleicht war es in der Mitte 4. F-O-R. Ich habe auch F und R nicht getestet. Ach Mann! Ich habe Leer-Taste gedrückt. Bei den Wörter-Ratern gibt es nur 5 Wörter oder so, oder? Okay, der ist neu. Hunter-Lol. Hunter-Lol. Hunde muss Hund Oh no, die Misery Everybody wants to be my enemy Hunde muss Hund Close one Great thing, say time Never give up Never give up Kein USA Never, never, never Herbie's acting up again N E T E H R B Herbie L L V Kein V K Liked Herbie liked Was hat Herbie geliked Chat Peanuts Ja Ja I I Oh 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 Ich habe mich verklickt. Ich hasse meine Tastatur. Das war Kiss My Ass. Scheiße. Aber habe ich gerade nicht M getestet und es kam nicht? Weil ich wollte Mii testen. Geht der mit PNG? Na, okay, game over. You don't need anyone to tell you who you are. Es ist nicht Mii, es ist nicht hier, es ist B. Be yourself, pure? Be yourself, be yourself, be yourself, true, 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 ne, true hat nicht gepasst, ne? Be yourself. Äh, was haben wir da? Sarah Facones. Be yourself, dude. Äh, Feronsik. Versus, für, äh, für, hier, für, 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 füronsik. Für, äh, forensik, genau. Aber passt nicht. Da ist kein, kein I. Ja. Forsaken, uh, stark. Ich hab's doch geschafft, Chat. Okay. Ich sitz da noch. Ich lebe. Ich hab ne Tüte auf dem Kopf. Ich werd jetzt weggebracht. Hauptsache, ich lebe. Uh. Ich reproduziere die Familie neu. Ja, jetzt kann ich weiter auf Twitter scheiße schreiben. Der Troll hat überlebt, aber die Familie ist gestorben. Ja, ähm, also ich hätte an sich Interesse, alle zu, äh, zu, zu retten, aber, Digga. Da gibt's leider nicht so viel Variety an Begriffen und, ähm, das mit der Pistole ist halt komplett bugged. Das ist halt komplett bugged. Deshalb, wenn das nicht wenigstens nicht bugged wäre, dann wär's ganz cool. Aber wenn's nicht bugged wäre, dann hätten wir's auch schon geschafft, ne. Ist, sagen wir's so.